Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play The Forest. Da sitzt der Johannes hier in dem Hintergrund. Ja, wir haben gerade Forest nochmal neu gestartet und haben einfach mal gesagt, wir haben den Server nicht privat. Und da kam Johannes einfach an. Johannes, 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 yo, Johannes, Johannes, yo, Johannes, Johannes, yo. Yeah, yeah, Johannes, yeah, yeah, Johannes. Geil, Alter. Schön. Aussehend. Ja, ja. Johannes. So, übrigens, achso, ich hab das Ding hier weggemacht. Nur mal ganz kurz. Ist der Johannes, oder ist der nett? Ah, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich könnte den mit dem Bofen in den Graben schießen. Nein. Alter, du machst dich wieder unbeliebt. Der Johannes ist nett. Der hat vorhin auch Gregor Onk gefragt. Der weiß schon, mach das nicht, mach das nicht. Okay, dann gehört der zu uns. Das machen wir später, wenn er nicht damit rechnet. So. Warte, warte, warte. Auf der Bank, darf ich ihn erschießen? Warst du auf unserer schönen Lieblingsbank hier? Boah, der tötet unsere Lurch. Unsere Lurch? Alter, was ist denn das für ein Mörder? Wir haben die extra gezüchtet, weißt du? Der Johannes. Der Johannes, das war mein Lurch, Mann. Ich find das nicht gut, Alter. Ich find das nicht gut, Alter. Wir haben hier ein Lurchreservat konserviert, weißt du? Ist ein bisschen krumm und schief. Ist geil, Alter. 183 Baumstimmen. Ja, gut, dass Johannes am Start ist, Alter. Ja, ja. Wir setzen uns hier gemütlich auf die Terrasse, genau. So, ich würd' sagen, wir trinken Tee. Johannes holt 183 Baumstimmen. Jetzt beeil dich mal, Junge. Hol Baum, Baum, Johannes, Baum. Boah, ich bin voll gemein. Ich hoffe, ich hoffe, der Johannes... Johannes war der liebe Kerl. Hat er verschiedene Sprüche? Johannes Hahn ist der Junge aus dem Flugzeug. Ne. Einer der Kinder? Alter, wir haben ihn gefunden. Boah, guck mal, wie geil das aussieht. Wir haben Forrest durchgespielt, warte mal. Wo ist denn hier? Ganz kurz. Ich summe mal ganz kurz. Ja. Oh, ja, wir haben ihn gefunden. Wir haben Forrest durchgespielt. Johannes Hahn ist der kleine Junge. Wir können ihn jetzt retten. Und wer ist der Vater von uns beiden? Wir haben ihn adoptiert. Hast du Fanfitches nicht gelesen, Alter? So, warte. Der Johannes hat auch ein Diplom. Eisgeil, das wäre eine coole Community-Story so. Oh, ich bin voll im Arsch irgendwie. Bitte was? Bei Blue Shocks oder bei Johannes? Nein. Nein. Wenn ich dachte, ich wäre böse, als ich gesagt habe, ich will die töten. Das habe ich ja nur ironisch gemeint. Obwohl, Spaß wird es bestimmt ein bisschen machen, aber irgendwie kann ich das... Tod durch Bum Bum. Kennst du den Witz? Lache ich alleine. Egal. Okay. Ich traue mich, ehrlich gesagt, nicht da noch weiterzubauen. Großartig, wenn man drin ist. Und dann fehlen irgendwie so viele. Aber wir müssen da reinbauen. Okay. Beim letzten Stellen. Ja, genau. Der letzte steht drin, weißt du, und dann kommt er nicht mehr raus. Ist vorbei. Was eigentlich total geil wäre, aber halt fürs Let's Play scheiße. Nee, 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 wir müssen halt da draußen bleiben. Wir müssen das den Jungs überlassen. Wir warten einfach, wir lassen noch einen übrig. Ja, genau. So gemein sind wir. Oh, wir sind echt mies. Aber lustig. Ja, ist ein bisschen lustig. Sorry, ich entschuldige mich hier schon mal. Und jetzt. Warum seid ihr solche Arschlöcher geworden? Wie geworden? Na, wenn die wüssten. Das wäre voll witzig, Mann. Ja, das machen wir auch. Da könnt ihr gerne die ganze Schuld auf mich schieben. Ich setze da nicht den Tipp rein. Auf alle. Das war der einzige Grund, warum wir den Server geöffnet haben. Aber ich glaube, jeder will das sehen. Ja, auf jeden Fall. Morgen. Okay, pass auf, pass auf. Wir müssen jetzt aufpassen. Oh ja, jetzt müssen wir aufpassen. Es sind noch fünf. Ich bleib draußen. Einer nur noch. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Pass auf. Jetzt, 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 jetzt. Alter, geil. Geil. Er ist drin. Er ist drin. Mami, geil. Johannes. Das tut mir voll leid. Das tut mir voll leid. Das ist... ... Wie geil ist das denn? Alter. Oh, oh. Oh, oh. Alter. Alter. Wir sind solche asozialen Wichser. Ach, wie schön, ey. Oh, oh, oh. Boah, Spieler gefangen genommen. Alter, wie geil ist das? Das ist der beste Knast überhaupt. Johannes. Johannes, es tut mir echt voll leid. Na ja, komm. Es tut mir echt voll leid. Ich wäre bei mir, aber ich hätte es meiner auch noch erwischt. Ich musste schon fast lachen, dass ich es bin. Also, er muss eigentlich nur aus und einloggen. Ja, es ist voll lächerlich. Eigentlich ist es kein Problem. Ja, genau. Dann ist er wieder vorne. Wenn er gescheit hat. Sonst ist er irgendwo da hinten. Oh, der arme Johannes. Oh, Mann. Es ist voll lustig. Aber es tut mir voll leid. Der kommt da überhaupt nicht mehr raus. Weil das Ding ist ja alle umschließend quasi. Hm. Die arme Sau. Oh, die arme Sau. Oh, Mann. Ich habe voll das schlechte Gewissen. Aber es ist trotzdem so lustig. Oh, Mann. Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Jo, die Connect. Ja, unglaublich. Du bist so ein krasser Typ. Du hast den Johannes eingesperrt. Mein Gott, wie konntest du das? Habe ich gar nicht. Habe ich ja nicht mal. Das habe ich doch um dich überhaupt nicht gemacht. Du wusstest es. Johannes wusste es nicht. Ja, ich habe nur gesagt, lass uns bloß nicht beim letzten drinnen sein. Das wäre klug von uns. Wie geil. Oh, Entschuldigung, ist trotzdem so lustig. Oh, tut mir leid. Echt leid. Alter, guck mal, kann ich hier so ein Deerskin? Einfach ein Ding, ist ja geil. Oh, Alter. Jetzt versucht er hier anzugreifen gerade, aber er kommt einfach nicht über den Felsen. Hallo, Klausi. Klausi. Boah. Alter. Oh mein Gott. Warst du das? War das nicht? Nein, das war der Johannes. Der arme Klaus. Mit Dynamit wegzuspringen. Du kannst doch nicht den armen Klaus. Aber ich finde, das ist eigentlich eine geile Idee. Oh, schön. Einfach schön.